Leck mich. Was? Wir sind ganz schön schlecht gerade, ne? Kann das? Was? Das waren aber nur zwei Witch, ne? Da kannst du davon ausgehen, dass ne Witch 350er Schaden hat. Ja. Beziehungsweise 350 Leben. Superkill, 7. Cool. Junge, ey. Was sind das für Maps? Weißt du, wo wir so schlecht sind? Ja? Weil Nick und Rochelle uns auf den Keks gingen. Wir interessieren uns immer auf den Keks. Obwohl? Ne, ich behalte die. Was hast du denn? Genau, die gleich wie ich. Die AEK, beziehungsweise die große Kalaschnikoff? Warum nicht? Die ist voll geil. Die ist nicht schlecht. Was hast du denn für eine? Hast du die auch gebt, die Kalaschnikoff? Gibt es hier keine normale Waffe? Hab ich auch schon mich gewundert. Weil ich hab jetzt nicht hätten sie genug. Ich heil mich mal und nimm wieder ein Defi mit. Das ist sicherer. Falls einer doch mal wirklich drauf geht. Ja, mach das hier wegen zwei. Ja. Ne, sonst nicht. Oh, guck mal, wir machen ein Head. Komm, Centus. Komm, wir machen ein Haierchen. Oh, na, komm. So. Tricksau. Sollen wir denn nicht mal weiter gehen? Ich bin vollgeladen. Sagst du so? Ja. Okay, ich schwärm links aus. Sumpfpenner. Ja. Sumpfpenner. Umschwachtköpfe. Ich dachte, die geht rechts rum. Dann hätten wir beide gleichzeitig ausziehen können. Ach. Lade nach! Lade nach! »Bitte gleichzeitig«. »Näh.« fossil ich nicht. Dann geht du da mal in rein. »Es erst mal Pillen nehmen«, hier ist genug los. ich ziehe mir jetzt auch alles rein hier adrenalin und hast du nicht gesehen ob es einmal voll ist das also aber das darf und du rennst mir direkt in den wick in dem moment wer will hier was haben er kommt gleich schießt mich bloß nicht an muss der pisse also nicht müssen auch passen kommen nämlich da kommt das ja smoker was hat er für eine reaktionszeit ich glaube ein bisschen hindurch wieso nicht auf jeden fall leben hier leute auf jeden fall gab es immer was kommen hier ja lecker friedhof der kuscheltiere gute rentierfleisch hätte man noch behalten können meine bitte warum krieg ich mal so kreis von zombies ich bin kein rockstar und ich bin ihr seid nicht meine groupies ist klar rochelle wieso nicht so weiß ich nicht hier hinten auf jeden fall durch aber ich glaube in den häusern da drüben könnte vielleicht noch mal süchtiger sein meine 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 stufen kommt schon dann müssen wir wahrscheinlich hoch sie nicht da was er kommt man nicht rein nein wo was wusste ich will weg musste die weg ich will nicht wo ist der cha cha ja aber wo ist der weiß ich nicht da kommt er das ist ein tank wo wir haben ihn jawoll ich dachte das wäre ein cha-cha gewesen und die schießen die ganze halten mir voll in den rücken ja jetzt wo ich abgehauen bin was fast schon klar ich gehe mir auf den sack so langsam rohrbomben das hast du rohr ne ja immer noch rohrbomben ja die würde ich auch schön behalten saubernick ja jetzt tut er auf einmal was wieso sagst du saubernick weiß ich nicht weil du doof bist sumpfpenner hier geht nicht rein ja die sind aber schneller die sumpfpenner habe ich das gefühl ja das sind sie irgendwie dahinten geht es hoch so ungesehen so ungesehen dass es hier hochkommt oh hier ist das guten tag hier äh hier Adrenalin willst du haben hier gibt es zwei Waffen egal hier gibt es Adrenalin nein wer hat das geklaut oh nickt der olle Vogel Kettensäge und ja toll was will ich mit einer Kettensäge ich habe eine Waffe hier liegen noch Waffen hä da nein die will ich nicht das ist eine normale Pistole oh oh warte weißt du dass es gut geht eine Rohrbombe ja ne dann kann ich mir gleich noch eine da hinten rausholen dann könnte schon mal ein Stück vorgehen warum ballert ihr die alle ab warum ich falle aus warum ballert ihr den ab warum weil ich das haben will das war mir fast schon klar bleib mit ihm da stehen ich hole mir mal eben die zweite wieder hier weg dann mach das dann habe ich wieder oh guck mal jetzt ist Rochelle bei mir gewesen aber beeil dich mal ein bisschen ja ich bin doch schon wieder da nehm den Schuss nehm den Schuss ah danke dann nehme ich mir den nächsten Schuss nehm den Schuss soo meinetwegen können wir weiterlaufen na klar na lauft ihr mal da weiter ich habe hier nämlich noch ein Haus in sich gehabt ja ist nichts besonderes jetzt sind noch was drin jetzt sind noch was drin Zombies Schmerzmittel die nehme ich mal mit ne da kann man nicht rein hier ist ein Sniper aber sonst auch nix ja nick ey nick wieso nicht hey medipacks ja ja ich dann heil ich mich mal ganz kurz mach das ich halte hier vorne die Stellung kommst du hier rein in den Sound? bin schon drunter ach so oh cha 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 da oben ist ja genau warte mal du nimmst auch Medina dann nehme ich mir auch eben eins hm und heil mich mal eben was macht so Schilder habt ihr getrunken oder so? ja hier sind Gewehre aber ne warte was haben wir denn ne eigentlich ist die ganz ok so let's go hm oder meiner du hast grad die Wollenturm verklettert das ist meiner ja freudig junger alter hast du kommt hier noch ne witch die ich vielleicht erledigen kann wieder ja ist klar ja scheiße 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 zumpflinge weiter einfach weiter naja in max einfach weiterlaufen und einfach unterwegs zu alle Krillen wie es nur geht waffen ich bin jetzt bei häusern ne was was hier ja ja ich hab immer noch meine ja gegen hat der smoke auf dem Keks er hat er nämlich los gelassen weißt du Bratpfanne oh ne das war doch klar ja ist ja normal und nein nein pass auf nick 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 der ball hat die ab geh weg da ja nick du wichser hör auf mich wir schießen immer gibt die rache hier wir können rüber los schnell ich sehe es ich sehe es ja wie gut ne einfach weiter 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 so schnell wie es geht morlo kann ich gar nicht aufnehmen die anderen beiden stimmen mir scheißegal aber sie rennt jetzt schon hinterher schneller wo lang haben wir hier runter ja ne ouch links vom scheißhaus diese scheißhörflinge genius alter wo seid ihr ja hier hinten pass mal auf ich dachte kommst du den Kumpflinge haben wir näher wo kommt der was denn was denn witsch ja aber wo da wie denn keine ahnung gar einfach weiter laufen ich habe auch nicht gefunden boah rochelle halte ich doch nicht da unten auf ach ja save boom schon wieder ja 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 und ich habe die nächste knarre gefunden ich nehme wo machst du hast du wir sind schon wieder alle drinne ja 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 ja